Guten Tag miteinander, das ist Marco Sommer auf dem Nebelspalter mit einem neuen Gespräch mit Claude Langean. Claude Langean ist auch, wie häufig unsere Gäste, über die man nicht vorstellen muss. Er ist, kann man schon sagen, der Meinungsforscher der Nation. Er ist seit 30 Jahren die Meinung erforscht. Er kennt sich extrem gut aus in der Politik, was sich verändert hat und über das wollen wir heute miteinander reden. Aber eine Warnung, er ist auch Historiker und dummerweise auch. Das führt dazu, dass wir vielleicht auch noch über die Eidgenossenschaft reden werden, je nachdem. Aber wir beginnen zuerst mit der Aktualität an. Claude Langean, danke vielmals, dass du gekommen bist, freut mich sehr. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann das ausgestrahlt wird, aber wir sagen jetzt einfach, letzten Sonntag ist ein sehr wichtiges Abstimmungssonntag gewesen und es gab auch Ergebnisse, die überraschend sind. Vielleicht zuerst einmal erste Eindruck, was ist eigentlich da passiert? Ja, meiner Zweifelsdrehe, es war ein Donnerschlag. Das kann man spontan so sagen, aber das kann man auch reflektiert so sagen. Ein abgelehntes Bundesgesetz, bei dem so relativ breite Zustimmung hatte im Parlament, in der Verbandspartei und Verbandslandschaft, wo abgelehnt wird, das ist immer ein besonderer Moment. Es war noch eines in einem politischen Kontext, in einem sehr signifikanten Thema, nämlich in der Klimafrag. Und es ist auf die andere Seite gefallen, dass wir doch auch insgesamt erwartet haben. Mit knapp haben alle gerechnet. Es hat sechs Prognosen gegeben, davon sind fünf knapp im Jahr gewesen und genau eine ist ganz knapp im Nein gewesen. Das ist interessant, dass es nämlich die Prognose war, die die Bevölkerung selber in einer Umfrage gemacht hat, was sie erwartet, was passiert, die sogenannte indirekte Sonntagsfrage. Und wie hat tatsächlich 49,8% gegeben. Und es ist auch interessant, dass ich glaube, man einfach gespürt, die skeptische Grundhaltung spürt. Und das haben die Leute besser gespürt. Sie selber haben ja noch gesagt, zu 53% sie stimmen zu, aber wahrgenommen haben sie viel mehr Skepsis. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Stichwort von diesem Wochenende, wenn man sagt, in dieser Post-Corona- oder Halb-Post-Corona-Zeit haben wir ein relativ, ich würde jetzt nicht gerade sagen, ein misstrauendes Klima gegenüber der Behörden. Das ist immer noch beschränkt auf sehr bestimmte Segmenten der Bevölkerung. Aber wir haben einen skeptischen Grund dort gegenüber dem Handeln vom Staat, gegenüber der Kommunikation vom Staat, gegenüber der Kommunikation von der Wissenschaft. Es ist so ein skeptischer Grund dort entstanden in der Schweizer Politik und den halte ich schon für recht verbreitet. Und zwar von deinem Rechts an, aber der geht auch zum Teil nach links. Das ist auch interessant. Also würdest du sagen, Corona-Gesetz, ich meine, sind ja fast 40% Nein überkommen, ist auch relativ viel. Hat das auch mit der Skepsis zu tun, die du beschreibst? Das hat durchaus mit der Skepsis zu tun. Ich würde aber nicht verrückt viel weitergehen. Ich habe gerade heute Morgen mit einem Journalisten diskutiert, der meinte, ja, da könnte der Föderalismus-Chemester vielleicht stärker zum Ausdruck, weil halt ein paar Kantone, die Innerschweizer Kantone da ab. Aber beim Föderalismus müsste es für mich ja Westschweizer Kantone haben, die auch klar Nein gesagt hätten. Sonst finde ich, ist das Argument überzeichnet. Aber ich glaube, skeptisch kann man sagen, das ist von diesem Wochenende. Und nachher muss man, klar, die Frage wird sich stellen, ist das quasi der Tipping-Point gewesen? Also ist das ein Kipppunkt in der Legislatur? Politologen sagen seit Jahren, immer so nach 18 Monaten nach einer Wahl muss man anfangen. Dann fährt sich die Legislatur neu definieren. Und vor allem ist es quasi immer noch Echo-Effekt von den Wahlen. Es kommt immer noch das Gleiche wie bei den nationalen Wahlen aus. Jetzt ist es plötzlich quasi eine neue Definition. Die 18 Monate, das würde ja super passen. Also könnte man sagen, vielleicht ist das effektiv so eine Art ein Tipping-Point gewesen. Jetzt würde ich nicht gerade sagen, dass das Tipping ist mir zu stark. Aber es ist also schon, ich würde sagen, es zeigt, dass wir dank wegen Corona eine neue Definition von der öffentlichen Meinung bekommen haben. Und dass die jetzt von davon ausstrahlen und seine Wirkung hat. Die hat rechts deutlich mehr Wirkung als links. Links ist immer noch in diesem Klimathema weitgehend engagiert. Oder grün, müsste man wahrscheinlich sagen. Und für die ist das natürlich eine schwere Überlastung gewesen. Und es ist auch eine Niederlage. Das muss man auch sagen. Politisch ist es eine Niederlage. Was ich noch eine grosse Überraschung finde, ist die Ergebnisse von der Nachbefragung von der Tamedia. Ich weiss nicht, ob die Leute da schon gezeigt haben. Erstens, welche Parteien sich verhalten haben. Aber das Interessante ist, ist ja eigentlich die Jungen. Dass man dort sagt, 58% der Leute zwischen 18 und 34 und so weiter haben abgelehnt. Gibt es die Klimajugend gar nicht? Ja, muss man ein bisschen sagen. Ich bin sonst sehr zufrieden gewesen mit der Nachbefragung. Ja, bei dem Punkt gerade am allerwenigsten. Und zwar eigentlich aus einem einfachen Grund. Es hat schon im Vorfeld, hat schon Tamedia das Thema aufgebracht. Es ist ja medial ziemlich stark ausgebreitet worden. Und es widerspricht also sämtlichen Umfrageergebnisse aus der SRG-Befragung, die nie so ein Ergebnis hatten. Man muss immer noch beifügen, es ist ja nicht das, was Tamedia macht, ist eine modellierte Umfrage. Also, du würdest sagen, die Umfrage ist nicht ganz zuverlässig? Insgesamt schon, aber in dem Punkt. Also, ein altes Modellieren ist extrem schwierig. Ich bleibe skeptisch. Es ist gerade gestern wieder von der gleichen Uni Zürich, also vom gleichen Institut, der das auch gemacht hat, ist eine andere Umfrage gekommen, die etwas anders zeigt. Sogar massiv etwas anders zeigt. Also, ich würde mal sagen, ich bleibe vorsichtig. Und ich sage es jetzt mal so, bis die Vox-Analyse kommt, die zweifelsfrei die zuverlässigste Stichproben erhält, bis die kommt, würde ich jetzt einfach mal vorsichtig sein. Also, mit dem Ergebnis, wo in meiner Meinung nach ein bisschen das inpasst, dass die Leute unter 7'000 Fr. pro Monatseinkommen auch vermehrt abgelehnt haben. Das stört mich überhaupt nicht. Das würde ich sagen, ich habe es mal so wahrgenommen. Und ich finde, es ist auch richtig. Es war auch eine Kostendiskussion. Es war auch klar, dass die Auswirkungen, je nachdem, was man verdient, ganz ein anderer ist, also auf das Haushaltsbudget ist. Es ist ein bekanntes Phänomen, wo man sogar theoretisiert. Man sagt ja quasi mit der «Racial Choice», wenn du optimistisch in die Zukunft schaust, dann willst du deinen Nutzen optimieren. Und wenn du pessimistisch in die Zukunft schaust, dann willst du deinen Schaden minimieren. Das ist eine einfache Gesetzmäßigkeit. Jetzt schauen die meisten Leute, sagen wir mal, semi-pessimistische Zukunft in der Nach-Corona-Phase. Das ist normal. Man weiss nicht recht, wie lange sind die Folgeschäden etc. Also man schaut pessimistisch und dass man dann versucht, den Schaden zu minimieren, ist eigentlich sogar erwartbar. Und dass der Schaden bei tieferem Einkommen grösser ist, ist da. Es kann auch sein, dass es bei Jungen so tiefer ist. Ich habe einfach vorhin noch ein bisschen reagiert, ein bisschen skeptisch reagiert, weil ich glaube, man muss es unterscheiden zwischen Klimajugend oder sogar Generationklima, wie man zum Teil, also gerade in Deutschland vor der Generationenbegriff, der typisch angelsächsische oder amerikanische Begriff, in Europa hat man eigentlich ausser dem Medienkonsum praktisch die Generationen nicht gefunden. Das heisst, die haben keine Gemeinsamkeit. In Europa sind auch die jungen Menschen immer politisch ausgerichtet und sie sind sogar zum Teil politisch sehr polarisiert ausgerichtet. Und dass jetzt noch die Klimajugend 90% würde von den jungen Menschen da representieren, habe ich nie geglaubt, würde ich auch ganz klar sagen. Die 90% orientieren sich an Online-Medien. Ja, richtig. Aber das ist immer gespalten. Also die Medien haben das eigentlich übertrieben dargestellt, oder? Ich glaube, es war vor dieser Abstimmung übertrieben. Und jetzt übertrieben sie die andere Richtung? Genau. Ich bleibe mal skeptisch. Es würde mich nicht verstaunen, wenn es das ein bisschen umgekehrt wäre am Schluss. Und für mich ist es ein U. Richtig ist, dass heute die älteren Menschen in der Schweiz durchaus klimasensibel worden sind. Sie sind auch ein bisschen kritisiert worden, sie sind klimasensibel worden. Sie denken auch viel stärker an ihre Enkelkinder, etc. Aber es gibt die mittlere Generation, sage ich jetzt mal so zwischen 40 und 60. Das ist die, die die meisten Leute arbeiten. Das ist die, die die meisten Leute den Leistungsdruck haben gespürt. Und für die ist es eine Belastung. Würde ich auch durchaus attestieren. Und ich glaube, dort ist es richtig zu sagen, dass es tiefer war, aber dass es nachher nochmal das Loch abgeht bei den ganz Jungen. Wie gesagt, da bleibe ich einfach zurück. Es ist ja immer heikel, oder? Eben, das eine ist einfach eine Abstimmung, die ist mal einfach da. Und dann ist Timing wichtig. Dann ist gerade irgendwie die aktuelle Stimmung wichtig. Das Wetter spielt dann auch eine Rolle bei dem Thema. Wahrscheinlich sowieso. Ich nehme an, der Frühling hat eine Rolle gespielt, die wahnsinnig kalt war. Corona hat jetzt, glaube ich, auch totale Rolle gespielt. Die Leute sind verunsichert, oder? Wirtschaftlich ist nicht ganz klar. Sind wir über den Berg oder nicht? Aber wenn wir jetzt mal abgehen von dem, was so eine Aktualität ist, würdest du sagen, erkennst du jetzt irgendwo einen strukturellen Einschnitt? Geht das tiefer? Du hast sicher auch die Kolumnen gelesen von Rudi Stram, die ja auch ein bisschen das noch verbindet mit dem Rahmenabkommen, wo man irgendwie sagt, ja, grundsätzlich eben, die Linken oder Linksliberalen haben das Problem. Bei den Leuten, die nicht so gut verdienen, kommen sie nicht mehr nach. Also so Elite-Volk-Konflikte haben wir auch schon tausendmal diskutiert. Würdest du jetzt sagen, das ist ein Zeichen von dem, oder ist das übertrieben? Wie würdest das einstellen? Also das Interessante ist ja, dass vor allem im Umfeld vom letzten Sommer mit diesen Diskussionen rund um das Jahrgesetz und die Kinderabzüge und alle die Abstimmungen, die wir letzten Herbst hatten, ist ja so ein Gruf entstanden. Am 27. September 2020 haben die meisten Linken gejubelt und gesagt, so häufig bin ich noch nie in der Mehrheit gewesen. Jetzt, oder? Und dann ist die ganze Diskussion im Parlament rund um die Härtefallverordnung, um die Mietendiskussion. Die Linken sind total in Offensive gewesen und man hat so das Gefühl gehabt, ob das könnte in der Schweizer Politik, meistens bürgerlich prägen, könnte das so wie eine Gegenbewegung auslösen als Corona. Aber dann muss man auch sagen, es ist dann ein Einschnitt gekommen, es ist ja doch eine tiefe Kritik an der Corona-Politik im Zusammenhang mit der Öffnung, gleichzeitig mit den steigenden Zahlen, der zweiten Welle, mit der falsch eingeschätzt worden ist und, und, und. Also ich glaube, das hat ja auch schon wieder ein bisschen geändert. Und jetzt für mich ist es so, für mich ist das Wochenende, wenn ich, strukturell bin ich noch nicht ganz sicher, aber wenn ich politisch strukturell denke, würde ich sagen, es ist das Ende von einer linksliberalen Phase. Und wann hat denn die angefangen, die linksliberalen Phase? Die hat angefangen letztens im Sommer 2020, beziehungsweise der Vorläufer ist natürlich, sind die Wahlen gewesen, oder? Frauen, die stark zugelegt hatten, haben das Öko-Thema, das recht dominant geworden ist, eine gewisse Verjüngung auch von der Politik, die stark gefunden hatten bei diesen Wahlen. Und ich denke, jetzt haben wir so, jetzt haben wir schon, für mich ist es schon ein Punkt, wo ich also finde, es ist eine Kehr. Ich habe selber am Sonntagmorgen einen Blog geschrieben, wo ich das Ergebnis noch nicht kennt habe, geschrieben, oder, rückt die Schweiz nach rechts, das ist das Thema gewesen, und das ist ja dann am Ende, und am Ende. Dann haben sich alle Leute angehalten und gesagt, machen wir was der Lange. Nein, ich glaube, ich habe es so spät, dass es alle stimmt. Aber es ist für mich eben schon interessant gewesen, dass es das gibt. Und nachher finde ich, vielleicht haben die Grünen doch ein bisschen falsch eingeschätzt, wie die ökonomische Situation ist. Und ich glaube, das ist für mich schon ein interessantes Thema. Die grüne Bewegung, die lebt vom Postmaterialismus, das heisst von der Phase, wie soll ich sagen, nachdem die materiellen Fragenentscheidungen sind. Die moralischen oder ökologischen Fragen. Die europäischen, die kommen dann, oder? Lebensqualität, Selbstentfaltung und alle die Themen kommen dann auf, haben mal die ökonomischen Probleme gelöst. Und die Grünen leben natürlich sehr stark davon. Das ist in einer reichen Gesellschaft, in einer fortschrittlich entwickelten Gesellschaft auch nichts Verwunderliches. Das ist ja fast in allen westeuropäischen Gesellschaften nachweisbar gewesen. Aber es ist dabei eine gewisse Sensibilität verloren gegangen. Und vielleicht muss man sagen, der erfolgreiche Klimaschutz, der muss halt um eine gewisse Masse kostenneutral sein. Und der darf nicht eindeutige Verlierer und Gewinner produzieren. Und es ist bei dieser Vorlage sicher auch kritisiert worden, nicht ganz so unrecht kritisiert worden, dass es halt nicht wirklich aufgeht. Und ich glaube, es ist von der grünen Seite überschätzt gewesen. Das Thema ist immer noch von mir aus sehr gut besetzt. Mindestens von links her ist gut besetzt. Aber es ist überschätzt gewesen. Und die Kritik, die muss man einfahren. Ob jetzt das wegen dem Wetter oder was auch immer, wie du gesagt hast, ob jetzt das der Tipping Point gewesen ist. Es ist so wenig oder 1,6 Prozent. Aber ein Punkt, den muss ich noch einfügen, weil vielleicht ist das der Tipping Point. Die völlig veränderte Mobilisierungsstruktur am Wochenende. Oder dass wir jetzt im Ämterbuch 86 Prozent Stimmbeteiligung haben. Sowieso, die Stimmbeteiligung. Das ist ja Wahnsinn. Das ist die fünfthöchste in der Schweizer Geschichte. Das muss man schon mal als erstes. Und nachher, so quasi, wir sind ja alle seit 2016, seit der Abstimmung über die Durchsetzungsinitiative, die die SVP verloren hat, gegen die Operation Libero, sind wir ja alle unter dem Eindruck, Zivilgesellschaft gleich Mitte-Links, gleich aktiv. Und bodigen sogar jetzt die SVP. Und jetzt passiert ja etwas Interessantes. Jetzt kommt also der Bauernverband, der sagt, wir machen jetzt langfristige Vorbereitung, wir sondieren das Terrain, wir sondieren das vorbereiten. Und hat bereits, wo der Schnee noch gelegen ist, also im März, schon mit ihren zweimal, nein, in jedem Bauernhof, da bei uns. Kaum sind die von der Unternehmensverantwortungsinitiative abgehängt, sind gerade die anderen Kochen. Ja, und weisst du, ich würde so weit gehen, der Bauernverband ist also jetzt mobilisierungsfähiger gewesen als die SVP. Wenn du mal schaust, wie sie schlecht waren in den letzten Wahlen, die SVP hat verloren, weil sie die eigenen Leute nicht aus dem Haus rausgebracht haben. Und das finde ich unglaublich, dass ein Bauernverband so eine Kraft noch hat, hätte man ja jetzt auch nicht gedacht. Also ich finde, das ist für mich fast das Wichtigste. Vielleicht gibt es, wenn es eine strukturelle Verschiebung gibt, dann gibt es eine richtige Mobilisierung. Wieder jetzt nicht klassisch von rechts, aber sagen wir mal von Themen, wo man klassischerweise rechts zugeordnet hatte. Das ist jetzt nicht nur einfach SVP gewesen, sondern das ist wirklich der Bauernverband. Und das ist eine so starke Mobilisierung auf dem Land. Das hat ausgestrahlt und es ist nachher noch multipliziert worden, natürlich mit dem Covid-Gesetz. Das hat dann auch noch ein bisschen geholfen, an einen Orten mindestens. Und hat nachher ausgestrahlt und man hätte es eigentlich können, in der Umfrage, zuerst ist das Land kippen, dann sind es die Agglomerationen kippen und am Schluss wären es fast noch die Städte kippen. Beim CO2-Gesetz. Und das ist ja interessant, dass dann die wuchtige Lawine, die es eigentlich war, die Lawine, gerade auch noch beim CO2-Gesetz, seine Auswirkungen gehabt hat. Und ich glaube, das ist eigentlich das interessante Phänomen. Ich habe diese Woche mit einem Vertreter vom Bauernverband recht lange diskutiert. Und wir haben uns einfach die Frage gestellt, auch ein bisschen selbstkritisch, aber ich habe die Frage gestellt, ist das eher Zufall oder ist das ein völlig neues System? Ich glaube, der Bauernverband hat echt gelernt, zu mobilisieren. Er konnte heute auch so ein Medienumfeld schaffen, das neu und stark ist. Er hat im Parlament eine sehr starke Lobbying. Man kann sagen, in den verschiedenen Arenen, die für die Mobilisierung entscheidend sind, hat sich der Bauernverband durchaus stark neu aufgestellt. Er ist jetzt natürlich troppe voll von Selbstvertrauen. Ich glaube, dass er das bei den immerhin vier anstehenden Abstimmungen zum Landwirtschaftsfragen wiederholen kann. Ich sage einfach mal, so ein 60er ist halt doch ein Ausnahmefall. Ein 50er ja, aber ein 60er ist ein Ausnahmefall. Und dass das nachher so quasi fast tsunamiartig alles mitschiesst, das bin ich nicht sicher, können wir das wirklich hören. Jetzt noch, wenn wir wegen dem Strukturellen noch einmal reden, aber das ist jetzt auch wirklich einfach eine vorsichtige These, weil die ist jetzt auch ein bisschen steil. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, es geht weiter. Es ist nicht nur jetzt die letzten zwei Jahre, wo die Kippel sind, sondern ich habe schon das Gefühl, es war ein bisschen ein Realitätscheck. Bei der Klimapolitik, das gilt nicht nur für die Schweiz, auch für andere Länder, hat man ja viele Sachen von den wichtigen Massnahmen, die ja dann wehtun, die hat man dem Volk eigentlich noch nicht vorgelegt. In den anderen Ländern sowieso nicht, aber bei uns eigentlich ja auch nicht. Die Energiewende hat noch keine Massnahmen in den Sinn gehabt, sondern man hat einfach mal die Absicht erklären können und hat sich als einen guten erklären können. Also da ist mal erstens ein Reality-Check gewesen. Sobald das etwas kostet, sobald das einschneidend ist, dürfen sich die Leute zweimal überlegen. Das Gleiche gilt eben meiner Meinung nach Schweine, Europapolitik. Ich glaube, und da geht es mir jetzt ein bisschen um die Linken, weil ich persönlich habe das Gefühl, programmatisch sind die Linken eigentlich in einer schwierigen Situation. Weil letztlich, also die Europapolitik ist doch so gegangen. Du hast das sehr nahe mitbekommen. Ich glaube, einer von den Geniestreiche von Peter Bodemann, Anfang 90er, war, dass er die SP auf den Europakurs gebracht hat. Warum ist das auch ein Geniestreich gewesen? Weil er gewusst hat, wir sind eine politische Minderheit in diesem Land. Uns kann ein Beitritt in Brüssel helfen, weil natürlich der SP viel stärker ist in Europa als in der Schweiz. Nachher glaube ich, um die 90er Jahre, Nullerjahre, und da hat sich ja völlig Verhältnisse geändert in der Schweiz. Die SP ist aus meiner Sicht zu der ruling party geworden. Die hat einen enormen Einfluss in Bern, einen enormen Einfluss in der Verwaltung, einen enormen Einfluss in den Medien. Das heisst, sie erreichen wahnsinnig viel in Bern. Wieso sollen sie noch nach Brüssel? Eigentlich glaube ich, wenn wir ganz ehrlich sind und überlegen, ist es für sie gar kein Vorteil mehr, realpolitisch auf Brüssel zu gehen. Aber für ihre Klientel ist das ein wichtiges Thema. Die Europafrag, das ist etwas, das sie mobilisiert hat. Das ist ein emotionales Thema, ein romantisches Thema auch. Ich bin selber auch der Meinung gewesen. Ich kann das total gut nachvollziehen. Es war eine neue Utopie, nachdem der Sozialismus völlig weggegangen ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, das Rahmenabkommen, da hat man den Reality-Check eigentlich selber gemacht, innerhalb von der SP, in dem das Gewerkschaften einfach gesagt haben, du, Lohnschutz ist für uns so wichtig, das ist auch wieder Butter und Brot, oder? Und eigentlich müssen wir sagen, wir können das in der Schweiz besser regeln, allein, als in Brüssel. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, zwei Themen, Klimapolitik und Europa, die wichtig sind für die Linken, stossen jetzt ein bisschen an die Realität an, wo eigentlich, wenn man es dann wirklich konkret machen möchte, ja gar nicht so klar ist, was man will. Gut, ich bin natürlich nicht so ein Euroskeptiker wie du, und habe vielleicht aus dem Grund eine andere Sichtweise auf das Ganze. Auch ich bin natürlich einverstanden, wenn du sagst, die Gewerkschaften haben, die Notbremse Sagen 2018, haben wir alle mitbekommen, bevor wir auf die rote Linie sind überschritten worden, nicht ganz unberechtigt, aber vielleicht auch ein bisschen inszeniert, das Ganze, und mit dem hat ja nachher alles angefangen, hat dann aber auch Support gegeben, es ist ja nicht noch ein Problem von der Linken, wie du sagst, sondern es hat ja Unterstützung vom Gewerksverband gegeben, es hat bei den Sozialpartnern, Unternehmer, es ist ja sehr heterogen. Und jetzt ist quasi, wie wir vorhin, haben wir ja so eine Art, eine unheilige Allianz gehabt, von SPD bis FDP, dafür haben wir jetzt eine unheilige Allianz von ganz verschiedenen, sage ich jetzt mal, gesellschaftlichen Kräften oder wirtschaftlichen Kräften gegen. Und das Ergebnis, glaube ich, dass man das schlussendlich da hat zitiert oder zurückgezogen hat, das ist ja so überraschend denn eigentlich in dieser Entwicklung auch nicht. Für die SPD, glaube ich, aber ist das Problem noch ein bisschen komplizierter, als du das jetzt hier schilderst. Das ist die Sicht von den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften sind zwar nicht ganz unbestritten, mindestens zwei grosse Exponente von diesem Kurs sind abgewählt worden 2019, also auch nicht ganz unbestritten, weil die Gewerkschaften sind auch nicht so einen monolithischen Block, hat heute Frauen, die sehr aktiv sind, die dann ganz andere Themen aufbringen wollen. Aber bei den Gewerkschaften würde ich jetzt mal deine These lassen stehen. Bei der SB, glaube ich, stimmt sie so nicht. Bei der SB gibt es immer noch eine Mehrheit, die eigentlich weiter an diesem Projekt möchte schaffen. Ja, stimmt. Und jetzt sind sie aber in einer Verlegenheitssituation ist, weil sie jetzt irgendwie zwischen, sage ich jetzt mal, einem Maijahrs im Kurs, als Gewerkschaftsboss im Kurs und dem Erich Nussbauer im Kurs ist halt einfach so. Oh, oder? Und die Parteispitze ist wohl ein bisschen überrascht worden vom Ganzen, von der Virulenz auch, ist er doch überrascht worden. Er ist recht skeptisch gewesen. Man hat gehofft, man kann es so irgendwie einfach ein bisschen vertagen bis über die Wahlen raus, 2023, weil die halt auch schon winken bei der SB, bei der Gewerkschaft eben nicht, aber die winken bei der SB, die Wahlen. Und ich glaube, das ist eigentlich für mich ist das die Situation gewesen von der SB, wo dann irgendwie so ein bisschen halt in den Spagat gegangen ist. Jetzt haben wir die Parteileitung, wo zuerst ein bisschen, ja, sagen wir es mal, der Cedric Wermuth hat schon mehrfach den EU-Beitritt gefordert. Es ist ja auch jetzt wieder aufgekommen, nicht von ihm, aber immerhin ist es als denkbar. Und jetzt sucht man halt vielleicht doch wieder, ob es irgendwo neue Gemeinsamkeiten gibt. Meint ihr das ernst? Ich hatte jetzt eher das Gefühl, das ist ein bisschen PR, um die Leute ein bisschen zu beruhigen. Weil wenn ihr es ernst meint, dann würde ich jetzt eine Initiative lassen. Ja, ich glaube, es hätte, ja, ja, das ist schon klar, wobei eine Initiative, die kommt in vier oder fünf Jahren zur Abstimmung, da muss man sich klar sein, die Probleme haben vorhin gelöst werden. Es gibt einen Diskussionsprozess, ganz sicher, meiner Meinung nach, und was ich begriffen habe bei der SB ist, sie haben eine Auslegung gemacht mit drei Szenarien, sie haben eine Auslegung gemacht, wenn man jetzt das multipliziert, was jetzt passiert ist mit dem Rahmenabkommen, dann wird die Schweiz zum anderen Drittstaaten aus der Sicht der EU nicht wünschenswert, für die Schweiz aus verschiedenen Gründen nicht wünschenswert, für die Linken sowieso nicht wünschenswert. Dann gibt es eine neue Auflage von der Option EWR, das wäre durchaus eine Möglichkeit. Das ist halt politisch ein bisschen verschossen, muss man ganz ehrlich gesagt sagen. Und die Einzigen, die abgebissen haben bis jetzt, ist das auch die GLP gewesen. Und zwischen SP und GLP ist das ja nicht immer gerade der Frieden, Freude, Eierkuchen, gerade nicht in der Europapolitik. Also ist das noch nicht eine heftige Brücke, die da entsteht, das ist ja das Brückchen. Und auf der anderen Seite bleibt dann der EU-Beitritt. Das sind immer die strategischen Diskussionen. Ich glaube, insofern ist das nicht nochmal einfach ein Joke von Wermut, weil er schon strategisch denkt. Und ich glaube, es war richtig, dass wir einfach mal sagen, wir haben drei Optionen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter. In Bundessort wird man lavieren. Und man glaubt, man kann mit einer kleinen Korrektur von dem Rahmenabkommen kann man das Rahmenabkommen doch noch retten. Und das ist ja jetzt, und Frau Keller-Sutter macht ja an sich einen interessanten Ding, weil sie sagt, okay, wir schauen jetzt mal, die Europapolitik in der Schweiz funktioniert ja immer nur unter einer Bedingung, Sozialpartner machen mit. Also mache ich mal, wo ist der Konsens vom Gewerbverband bis zum Gewerkschaftsbund und dem Bundesrat? Und wenn ich das schaffe, muss man sagen, wenn sie das schaffen, dann hat sie sich in eine fantastische Position gebracht. Man kann skeptisch sein, ob sie das überhaupt schafft, ob es die Gemeinsamkeit noch gibt. Vielleicht zwischen dem Gewerbverband und der Gewerkschaft noch möglich, aber ob das im Bundesrat verständlich ist, ist bei mir zu sehen. Aber hast du das Gefühl, dass, Harry, weißt du, wie soll ich sagen? Das haben sie ja jetzt nicht geschafft. Sie haben es ja auch probiert vorher und dort hast du immer noch den Druck gehabt, dass es immer noch verhandelt worden ist. Und du hast auch noch die Hoffnung gehen, dass Brüssel vielleicht entgegenkommt. Und jetzt ist doch wie die Luft draussen. Also ich bin nicht ganz sicher, ob die Sozialpartner sich überhaupt unter dem starken Druck fühlen. Weil letztlich sind ja irgendwie, denke ich, wenn es die Arbeitgeber finden, ja, okay, mal weiter schauen. Die Gewerkschaften sind eigentlich auch zufrieden. Teilweise, wie du richtig sagst, sind ein paar Leute auch ein bisschen verschrocken, oder? Aber bei Meijahr habe ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass der Selbstzweifel hat. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und von dem her glaube ich, ja, ich finde die Situation von der Linken ist ziemlich schwierig, weil die drei Optionen, die du sagst, wenn wir ehrlich sind, zwei Optionen sind nicht richtig realistisch. Es ist nur eine Option, das ist der Drittstaat. Und das ist die, die man sicher nicht will, aus politischen Gründen. Also man hat keine andere Option, die realistisch ist und wünschenswert. Das finde ich das Schwierige. Eben, ob es im Bundesrat, ob es den Sozialpartner eine neue Linie gibt, ich bin ja auch eher ein bisschen zurückhaltend in der Bewertung. Aber ich sage, das ist der einzige, da gibt es mal in Zukunft gerichtete Versuch aus der institutionellen Politik, wäre quasi, es gibt doch noch eine Zwischenposition. Ob es das gibt oder nicht, ob die EU das überhaupt noch einschaut oder nicht, das kann man durchaus auch ein bisschen skeptisch anwenden. Und wenn man als SP jetzt einfach sagen, der Mur, das dürfen wir jetzt nicht mehr sagen, der Mur hat seine Arbeit getan. Also die ganze Europafrage, die ich glaube, ist für die SP eine Erfolgsfrage gewesen. Ich glaube, der hat es vorhin gesagt, Peter Bodermann hat das richtig gesehen. Die SP hat enorm profitiert davon. Sie hat eine ganz neue Wählerschaft erschlossen, die gut ausgebildeten Mittelschichten. Es ist jetzt eine Mittelschichtspartei geworden wegen dem. Das war ein Riesenerfolg. Aber könnte man nicht auch sagen, hey, jetzt haben wir eigentlich einen Riesenerfolg gehabt. Zweitens, in Bern sind wir eine von den stärksten Kräften. Eine von den stärksten Kräften. Können sehr viel gestalten. Sollen wir nicht wieder jetzt den schweizerischen Nationalstaat wiederentdecken und einfach sagen, hey, wir machen jetzt da gute Politik? Kann sein, aber ich glaube, die reale Lebenswelt von den neuen Mittelschichten, die du angesprochen hast, ist meistens gut ausgebildet, recht gut verdienend in den urbanen Zentren. Die Lebenswelt ist natürlich nicht sehr national. Sie ist auch nicht sehr schweizerisch, die meisten. Das ist auch okay. Die Kommunikation hat sich sowieso schon vollständig globalisiert mit dem Internet. Und ich glaube, die meisten sind halt doch nicht so national. Wenn ich jetzt da mit den Leuten rede und das auch ein bisschen versuchen zu ergründen, dann höre ich natürlich immer, weisst du, ich will frei reisen können. Das ist für mich sehr wichtig. Und da ist die Schweiz ist zwar schön, es ist vielleicht aus linker Sicht ein bisschen putzig, aber es ist schön und wir wollen die Landschaft erhalten, aber ich will auch etwas anderes von der Welt sehen. Aber ist das nicht ein Missverständnis, das die Leute haben? Es geht ja nicht um kulturelle Abschliessung, nicht um wirtschaftliche Abschliessung, nichts. Sondern es geht nur darum, dass man sagt, hey Politik, können wir auf der Nationalstaatsebene, jetzt gerade als Linke, relativ gut gestalten, wir können viel gutes Zeug machen, wir können teilweise ein Vorbild sein, für die anderen EU-Länder, sollen wir nicht den Weg jetzt mal einfach mal nicht aufgeben, aber sicher mal einfach, wie soll ich sagen, zweite Priorität. Kann sein. Ich glaube, selbst bei den Gewerkschaften ist das nicht, bei den Gewerkschaften gilt ja eher, die Grundidee ist ja quasi, wir sind ein Teil vom europäischen gewerkschaftlichen Kampf gegen das liberal oder neoliberale EU-Projekt. Und das ist durchaus nicht anti-europäisch, auch der Maia hat immer wieder betont, er sei übrigens kein Anti-Europäer, er sei nicht bei der SVP, er sei bei der SP, er sei kein Anti-Europäer, aber er will eine andere Wirtschaftspolitik. Und ich glaube einfach, jetzt in deiner Einteilung würde ich sagen, bin ich nicht so sicher, ob das wirklich aufgeht am Schluss, dass man sagt, wirtschaftlich, das würde gut funktionieren. Ich glaube, die ersten Probleme werden dann kommen, wenn es wirtschaftlich nicht funktioniert. Und dann wird es auch wieder die Frage geben, gibt es genügend Konsens, Politik, Sozialpartner, dass man sagt, man muss auch eine Lösung haben, die wirtschaftlich funktioniert. Wir haben immerhin ein paar sehr grosse, sehr wichtige Unternehmungen in der Schweiz, wo es relativ einfach ist, ihre Sätze zu verlagen. Das muss man sich im Klaren sein. Bei der einen oder bei der anderen würde die Linke vielleicht sogar noch applaudieren, wenn sie ihre Sätze verlagen würden. Aber wenn es dann um das Leben geht, dann ist klar, dass es kippt. Und das sieht man, ich sage jetzt mal an der Politik vom linken Basel, quasi linken Basel, aber vom linken Basel, wo ja eigentlich wirtschaftspolitisch immer sehr moderat gewesen ist und sehr auf Konsens ausgerichtet gewesen ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es so eine Linie auch unter europäischen Linien war, dass es so eine Linie auch für die Linke immer noch zukunftsfähig ist. Also würdest du sagen, meine Diagnose natürlich ein bisschen zugespitzt, ja, die Linke sind eigentlich programmatisch in einer sehr, sehr schwierigen Position. Würdest du das teilen? Das würde ich teilen. Sie sind das erste Mal seit ganz langem sind sie jetzt wirklich in einer schwierigen Position, vielleicht mit der Rentereform die zwei schwierigsten Dossier, würde ich sagen. Mit der Rentereform sind sie auch in einer schwierigen Position. Wenn die Energiepolitik kippen, ganz kippen jetzt nach dem Abstimmungswochenende, dann wäre natürlich eine neue Atomkraftdiskussion, wäre für die Linke eine ganz schwierige, und die Grünen auch eine ganz schwierige Position. Aber im Moment würde ich sagen, die schwierigste Position ist die EU-Frage. Das ist ja so. Ansonsten gibt es aber genügend Felder, darum tue ich das auch ein bisschen weniger stark gewicke, genügend Felder in der Gesellschaftspolitik, in der Frauen-Männer-Politik, wo man genügend Felder hat, eigentlich auch als Linke immer noch progressiv, offensiv können eigentlich auch spielen. Und auch, wie jetzt die Wahl 2019 gezeigt haben, also gerade mit der Frauenvertretung in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, eigentlich sehr ein offensives Thema vorhanden ist. Darum glaube ich nicht, dass die Prioritätensetzung so hoch ist, dass sie antieuropäisch wird. Sie ist europakritisch, das würde ich auch sagen. Sie ist nutzenorientierter, sie ist nicht idealistisch, sie ist nutzenorientiert, das würde ich alles unterschreiben, aber ich glaube nicht, dass die Hierarchie so gerade alles anwertet wird umkippen. Gut, aber lustigerweise sind ja auch die Bürgerlichen in einer schwierigen Situation, das würde ich sagen. Das würde ich sagen auch, es ist überhaupt kein grosser Unterschied. Also, wir können mal zuerst schnell FDP und aber auch SVP diskutieren, weil bei der FDP ist es so vorsichtlich, Petra Gösse hat eigentlich zurücktreten müssen. Sie sagt, ich habe es schon lange geplant, das glaube ich ihr auch, aber es war sicher jetzt der Auslöser, dass sie fand, es reicht. Ich merke, meine Partei ist völlig gespalten. SVP, wo man jetzt zwar sagt, grosse Siegerin und so weiter, würde ich auch ein paar Fragezeichen setzen, weil letztlich die grosse, grosse Frage von dieser Partei, nämlich Nachfolger Christoph Blocher, ist eigentlich noch nie. Das ist immer noch offen und von dem her kann man sogar auch sagen, die Europa-Frage, oder? Ist natürlich für die SVP auch ein Problem, weil die geht weg. Also, die wird natürlich nie mehr die Virulenz haben. Jetzt vielleicht zuerst einmal beim Freisein. Was ist beim Freisein los? Ja, der Freisein hat ja eine merkwürdige Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wo man noch nichts gewinnen kann. Ja, genau. Seit Jahren übrigens passiert ja das und an dem Wochenende oder am Ende muss man ja auch sagen, ich meine, damit ist das Thema der Rest des Jahres gesetzt. Erstens, kurzfristig haben wir ja ein bisschen nach Köpfen gesucht, aber sehr schuldig. Also, wenn wir ja die Freisein-Partei beraten müssten, müssen wir sagen, als erstes muss man eine Strategiediskussion machen und dann muss man Strukturen dazus schaffen und am Schluss soll man sich Leute dazu wählen. Jetzt, die Politik wird ziemlich sicher das nicht so machen, auch die Freisein-Politik wird das nicht so machen. Aber wir machen es uns auch nicht vor. Das gibt über Monate hinweg eine Diskussion über eine Mischung, über Strategie, Köpf, Themen, Programmatik und das wird die Schweizer Politik bestimmen. Dabei werden ein paar andere Sachen, wie man das auch im 2019 hat, die gehen einfach unterdurren in die Baustelle, das wird also von mir aus gesehen den Rest des Jahres bestimmen. Jetzt für die FDP ist schwer gewinnbar, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Sie befinden sich ja in einer Zwei-Fronten-Konkurrenz-Situation. Sie hat auf der einen Seite die SVP, die wieder ein bisschen erstarkt nach der 2019er-Niederlage, die vor allem selbstbewusster ist und sie hat ja das Spektrum zwischen FDP und SVP, das ja suchend ist, wo sie hergehören. Sie sind vielleicht nicht mehr bei der FDP, sie wollen aber auch nicht unbedingt zur SVP, sie sind zum Teil libertärer als beide Parteien, sie sind zum Teil aber auch anderer Auffassung und so. Also kann man sagen, dort ist ein Interessanzspektrum, auch wenn es nur drei bis fünf Prozent ist, die irgendwie switchen zwischen diesen zwei Parteien. Und auf der anderen Seite haben wir die, ich sage jetzt mal, Ökoliberalen, die durchaus auch grünliberal wählen können, auch wenn das nur zwei bis drei Prozent ist, das könnte dann noch entscheidend die zwei bis drei Prozent sein. Das ist das Dilemma von der FDP, die zwei Potenziale. Wenn sie beide verliert, dann ist sie eine unweselte Partei, wenn sie eins verliert, kann sie sich möglicherweise durchhängen. Jetzt hat ja die FDP in den letzten zehn Jahren nach meiner Einschätzung sehr klar gesagt, wir müssen immer einen von diesen zwei Flügel begünstigen und einen müssen wir wegsprengen. Und sie hat faktisch lange den Mitteflügel weggesprengt. In der Westschweiz, die Repräsentanten, die waren, die sind einfach verschwunden und haben gesagt, wir wollen so einen Flügel haben, der stark wird, damit wir mit der SVP koalitionsfähig werden. Das hat bis 2019 leidlich gut funktioniert, aber seit 2019 funktioniert es überhaupt nicht. Im Parlament ist das keine Option mehr. Im Bundesrat ist das noch eine knappe Option, die aber nicht wirklich funktioniert. Also das kann nicht irgendwie die Zukunft sein. Vielleicht kann man sagen, Frau Gösse hat zu stark auf das Öko-Thema gesetzt, aber sie ist sich in klaren und die Konkurrenzsituation für die FDP ist neu mit der GLP, ist neu gekommen. In der Europafrage ist sie neu gekommen, sie ist auch in der Öko-Frage ist sie neu gekommen, sie ist auch in der Gesellschaftspolitik neu gekommen, in der Finanzpolitik ist sie neu gekommen. Und nehmen wir einfach an, wenn meine These stimmt, dass da 2-3% sind reif zum Wechseln. Das kann der FDP noch 3% kosten, das kann der GLP noch 2% dazugeben. Das sind plötzlich die GLP bei 10% oder bei 11% und die FDP ist plötzlich bei 12% oder bei 13%. Und dann die einen 2-Bundesräte und die anderen 0%. Aber hast du das Gefühl, rechts können sie nicht verlieren? Sie können doch jetzt auch auf der anderen Seite genauso verlieren. Und das ist auch passiert jetzt. Ich meine, Gösse musste jetzt auch gehen, weil eigentlich eine Mehrheit gefunden hat, der Öko-Liberalismus ist uns jetzt zu weit gegangen und sie haben gegen das gestimmt. Und wenn jetzt Gösse noch mehr gemacht hätte, vielleicht hätten sie einfach rechts viele Leute verloren. Thematisch kann es sein, dass die SVP durchaus, ob sie wählermässig noch einmal viele Leute verloren haben. Ich meine, die SVP hat, nicht, sagen wir es mal einfach, seit 2007 ist sie nicht mehr stärker geworden. Also sie ist jetzt immerhin, seit 14 Jahren ist sie, ja kann man sagen, ist sie nicht mehr wirklich stärker geworden. Sie ist bei denen 29% plus minus. Ob jetzt da noch eins ganz viel wechselt, dass es noch einmal 3-5%... Nein, ich würde nicht einmal sagen, dass die Leute von der SVP zurückwechsen müssen, sondern ich glaube, das grösste Problem bei der FDP ist, ich sage denen natürlich die Bürgerlichen, die gehen einfach nicht mehr wählen. Ja, ja, das ist so. Die sind einfach frustriert. Die gehen nicht zu der SVP, genau so wie du sagst. Ja, ja, ja. Die SVP passt ihnen nicht, das ist nicht der richtige Stallbruch, aber sie finden, die FDP kann ich nicht mehr wählen. Ja, ja, das ist... Das ist... Das ist... Das würde ich absolut unterschreiben, dass es das Problem gibt. Die FDP hat es ja zum Teil sogar versucht zu erkennen und hat ja auch auf Mobilisierungsstrategien 219 gesetzt. Vielleicht noch zu wenig, kann man sagen, aber ich glaube, diesen Punkt, den gibt es, den bin ich einverstanden. Aber kurzfristig, es steht halt alles auf dem 223. Und kurzfristig, das Problem ist, bei dem 223, ist ja einfach die Situation, die FDP kann, wenn sie noch einmal wählen verliert oder Wähleranteile verliert oder im Ständerat würde ich verlieren, im Ständerat halte ich es für weniger wahrscheinlich, Wähleranteile ist durchaus möglich, dann ist sie halt einfach auf der Kippe, wegen den 2 Bundesratssitzes. Und die Diskussion läuft ja jetzt schon, die prägt ja auch schon den ganzen Turnus von dieser Partei schon ein hoher Mass. Und ich glaube, der wird einfach bleiben bis 2023, bis man den Wahltan und Wahleramt wissen, was der Wähleranteil ist. Wobei eigentlich muss man sagen, wir sind wirklich beide Historiker, es ist eigentlich sehr schnell jetzt gegangen, dass man schon sagt, ja, die Gründeriberalen, die haben vielleicht einen Bundesratsanspruch. Ich meine, du weisst, in der Schweiz geht es immer ziemlich lang, bis man sagt, ihr habt jetzt einen Anspruch. Mit einer Einschränkung, also ich muss deine These ganz leicht kommen. Bei der SVP früher noch 1929 schnell gegangen. Es ist, die Beispiele, die historischen Beispiele bei der SVP, bei der SP, die man da immer wieder zitiert, auch bei der CVP oder wie sie da auch immer geheissen hatte damals, sind natürlich noch nicht unter Konkurrenzpolitik gewesen. Und das heisst, es ist immer Mehrheitspolitik gewesen, von der Freisehnung oder von der bürgerlichen Mehrheitspolitik gewesen. Und es ist schwierig gewesen, in das Kartell hineinzukommen von denen. Jetzt haben wir immerhin Konkurrenzpolitik und das zentrale Kriterium bleibt ja natürlich den Wähleranteil. Das bleibt das zentrale Kriterium. Man hätte zwar diskutiert und ich finde nicht ganz so recht, man kann vielleicht auch auf Sitzanteil gehen, man kann auf Ständerat gehen, man kann auf andere Kriterien gehen, aber am Schluss unter dem Strich bleibt der Wähleranteil, bleibt das entscheidende Konkurrenzkriterium. Wenn du einen Wähleranteil erfüllst, hast du Anrechte. Jetzt haben wir das im Jahr 2019 bei den Grünen gesagt, es muss mindestens einig wiederholt werden, was nicht falsch gewesen ist. Und es ist auch schwierig wählen eigentlich, die Grünen oder die Grünen Liberalen. Es kann von mir aus durchaus sein, dass man sagt, gut, die FDP wird den Sitz verlieren, wenn die Grünen einen wählen, dann müssen sie den bei der SP gehören. Das wird ja auch nicht ganz einfach sein. Die Grünen, die sich durch die SVP und den Bundesrat wählen lassen, wollen sie nicht. Ja, wie soll ich sagen? In Österreich sind ja die Grünen ganz zufrieden mit Sebastian Kurz. Und so flog ab. Und so flog ab. Das stimmt, aber Politiker nicht. Politiker sind in der Regierung und das ist für Politiker ja noch wichtig, oder? Also, okay. Das ist ja ein Thema, aber es kann durchaus sein, dass ein FDPler halt nur einen grünen Liberalen ersetzt wird. Ich meine, Tiana Moser oder Jörg Grossen, das ist nicht ein riesiger Unterschied. Sie sind progressiver, aber es ist nicht ein riesiger Unterschied. Ja, und die grünen Liberalen haben sich noch nicht, finde ich, als sehr zuverlässig bürgerlich erwiesen. Das ist ein anderes Thema. Aber von mir aus geht es einen Unterschied. Es gibt so eine Art in der Mitte wieder auch ein bisschen selbst im Bundesrat eine Stärkung, die durchaus zu einer Konkurrenzsituation führen kann, dass der Bundesrat zwei Linke, drei Rechte hätte und zwei in der Mitte, die die Mehrheiten beschaffen. Und der Bundesrat in der Schweiz hat immer relativ gut funktioniert, wenn er einigermassen flexible Mehrheiten hatte. Ich weiss, das ist nicht deine These, aber das ist, ich sage jetzt mal, die Mainstream-These vom Bundesrat, dass der relativ gut funktioniert hat, weil die wechselnden Mehrheiten eigentlich der Konkurrenz angemessene System sind. Wenn man politisch eine klare Mehrheit hat auf rechts, dann kann man das durchaus auch anstehen. Da bin ich völlig deiner Meinung. Das ist nicht der Punkt, das stimmt nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass wechselnde Mehrheiten etwas Schlimmes ist. Im Gegenteil, ich finde das sehr schweizerisch. Und wir haben auch in der Corona-Politik erlebt, dass das ein Vorteil war. Das Ergebnis von uns ist besser, weil wir eine kollektive Regierung haben. Da bin ich aktuell überzeugt. Aber was ich schon auch finde, ist, es müssen die relevanten Kräfte sein. Und ich finde, der Wähleranteil ist ein Kriterium, aber nicht nur. Also Referendumsfähigkeit finde ich wichtig, ist auch wichtig, wie du eben in Volksabstimmungen abschneidest. Und ich finde, man merkt es immer, wenn eine Partei, die wirklich stark ist, noch nicht in der Regierung ist und sie sollte in der Regierung sein, dann tut sie den anderen das Leben schwer machen. Und das ist bei den grün-liberalen nicht der Fall. Die grün-liberalen finde ich, das ist eine ganz nette, gescheite, freundliche Truppen, aber die macht niemandem das Leben schwer. Und ich glaube, bei dem hast du keinen Anspruch auf den Bundesrat. Ja, du hast aus zweien Gründen, man würde den Anspruch auch durchaus bestritten, ganz ehrlich gesagt, aus zweien Gründen. Der erste Grund ist, die Repräsentation im Bundesparlament ist zwar respektabel im Nationalrat, im Ständerat, inexistent, ist sogar mal vorhanden gewesen und zurückgegangen. Also das heisst, ausser Personeneffekten hatten sie eigentlich nicht viel. Also als Partei, wo man muss sagen, das bindet das politische, sondern das gesellschaftliche Substrate würde ich sagen gering und dann kommt der wesentlichste Punkt, den man nicht vergessen darf, der wesentlichste Argument, wenn du als früherige Nicht-Regierungspartei Regierungspartei wirst in der Schweiz, dann musst du auf der kantonalen oder auf der städtischen Ebene, also vor allem auf der kantonalen Ebene, musst du Leute haben, die ihre Regierungsfähigkeit auch in einem bürgerlichen Umfeld bewiesen haben. Die Grünliberalen haben zum Teil in der rot-grünen Städte das, sie haben jetzt auch Einzelne, wo sie können sagen, sie sind zwischen den beiden Polen, aber das wesentliche Kriterium also auf der Kantonsebene wirklich Erfahrungen haben und Personen präsentieren können, die regierungserfahren sind oder regierungsfähig sind, ich glaube, das fehlt den grünliberalen neidrütig. Das ist noch nicht ein genügendes Argument, um nicht zu sagen, dass die FDP möglicherweise übervertretend ist im Bundesrat, aber es ist ein genügendes Argument, um nicht die grünliberalen zu sagen, als Alternative kämpfen dann, wenn schon die Grünen in Frage, aber dort haben wir genau das gleiche Problem. Wir haben zwar ein paar Regierungsräte, aber das ist dann auch relativ schnell abgezählt, wenn man die Kombination nationaler Parlament und Regierungsrat nimmt, dann bleiben dann auch nicht allzu viel übrig. Also im Moment würde ich sagen, es ist unentschieden. Also die einzige Möglichkeit ist, dass die Mitte total zu leiden. Oder? Ich finde, das ist ein durchaus Szenario, das möglich ist. Weisst du, dass die Mitte und die FDP so nahe sind, dass man sich dann sagen kann, okay, also es könnte auch die Mitte zwei Sätze haben. Das finde ich für die FDP eigentlich gefährlicher. Ja, das ist eine höchst interessante These, wo man ja immer auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal nicht ganz laut, aber so ein bisschen halblaut, wie man diskutiert hat, die durchaus Skepsis von Gerhard Pfister von der Mitte gegenüber einem Rahmenvertrag, dass sie auch taktische Gründe hat, nämlich sagt, über das Thema stülpert die FDP. Jetzt ist sie zwar nicht gerade über das Thema gestülpert, aber im gleichen Umfeld. Über das Thema wird sie stülpern und damit ist ihre Legitimation Mitte mit zu vertreten im Bundesrat, die wird geschwächt werden und wir sind die Einzigen, die das nachher anbieten können. Auch seine Abgrenzung gegenüber der GLP in der Europa-Frage sehr namhaft, sagen, ich bin lieber bereit, mit der SP zusammenzuarbeiten als mit der GLP zusammenzuarbeiten. Da haben wir zwar gewisse politische Mitte-Gemeinsamkeiten, aber ideologisch, gesellschaftspolitisch haben wir ganz andere Vorstellungen. Ich würde es also nicht ausschliessen. Wenn man die Wahlen vom 2019 ganz genau anschaut, muss man es genau anschauen. In der Deutschschweiz hat ja die Mitte, beziehungsweise damals noch die CVP, zugelegt. Das haben die meisten nicht mehr. In der Westschweiz ist es in einem desolaten Zustand, wegen der Politikern, die einfach ecozentrisch sind und die Parteien mehr oder weniger wegen persönlichen Gelüsten und persönlichen Interessen einfach an Boden geritten haben. Das ist in einem schlechten Zustand. Aber in der Deutschschweiz eigentlich ist der Turnaround bereits schon halb geschafft gewesen. Es hat sich jetzt nicht gerade vorgesetzt in den kantonalen Wahlen, aber wenn sich das solche Wiederaufbauern auf die nationalen Wahlen haben und dann tatsächlich die Verschiebung käme, dann ist natürlich klar, die Mitte ist für 13% gut, die FDP ist für 15% minus gut. Und dann ist es einfach, dann muss die Mitte eigentlich nur den bürgerlichen Kandidaten bringen und dann geht das BFD. Und das ist passiert. Also das halte durchaus auch eine Möglichkeit. Vor allem, wenn wir jetzt so, wie wir es im Einleiten von dem Gespräch sagen, wenn es vielleicht sogar ein politischer Klimawandel stattfindet. Im Moment, muss man ja auch sagen, im Moment ist die Mitte, ist die erfolgreichste Partei bei Abstimmungen. Gut, das sind schon immer, das sind es häufig gewesen, oder? Es durfte ein bisschen sehr lang sein. Es ist immer noch erfolgreicher gewesen und jetzt haben wir tatsächlich, jetzt ist tatsächlich die Mitte, ist das so, vielleicht wirklich die politische, thematische Mitte. Und wenn sie das noch geschickt machen, dann halte ich das durchaus vermöglich. Also das ist mein Schwachsinn. Weißt du, das Problem lösen, oder? Das können sie ja nicht so schnell lösen, die Grünen und die Grünen-Liberalen. Das haben wir ja gesehen bei der Regularitze. Sie haben zu wenig Kandidaten, die die Leute das Gefühl haben, ja, die können wir jetzt im Bundesrat tun, oder? Sie haben zu wenig Regierungsräte, wo man sagen kann, das ist jetzt wirklich mal bewiesen, dass sie das können. Und bei der CVP ist das ein No-Brainer. Also das ist jetzt völlig klar. Vielleicht ist es ein bisschen zu apodiktisch, Bernhard Pulver, immerhin Regierungsrat in einer bürgerlichen Regierung, immerhin Verwaltungsrat als Präsident vom grössten Arbeitgeber vom Kanton Bern. Der Bernhard Pulver ist dann 2023 nicht mehr VRP vom Inselspital. Da würde ich sagen, er ist also sehr ein valable Exekutivpolitiker, aber die Grünen sind meiner Meinung nach dann ein bisschen zu links. Es müssen die Grünliberalen überbringen von diesem Format. Jetzt vielleicht noch ein paar ganz kurze Worte zur SVP. Was ist dort los? Wie würdest du die einschätzen? Jetzt ist ja die Frage, ist das ein Besser gewesen? Von übergehend? Ist das der Anfang vom Absteig gewesen? unser Historiker, gemeinsamer Kollege, Joe Lange, war der Überzeugung, dass die SVP jetzt besiegt worden von den neuen sozialen Bewegungen? Ich bin nie der Meinung, dass die SVP besiegt worden ist, aber sie war in einer Krise. Warum war sie in einer Krise? Da stimmen wir wahrscheinlich beide recht stark über ein. Das ist der Ablösungsprozess vom Übervater, von Christoph Blocher, der die Partei aufgebaut und konditioniert hat. Ohne seine Kondition ist die Partei um die Hälfte uninteressanter geworden, als sie vorher war. Das ist der wesentlichste Grund. Dann kam dazu, dass die Europafrage nicht mehr die gleiche Virulenz hat, wobei die Europafrage immer mit der Zuwanderungsfrage verbunden war. Die Zuwanderungsfrage halte ich immer noch für relativ wichtig. Also gibt es einfach vielleicht einen anderen Anker, aber es gibt sicher eine Veränderung bei der SVP. Und sie ist schon länger am Suchen nach neuen Themen. Und ich würde sagen, wenn man es an schaut, sie hat Prioritäten 2021, erstens Corona, zweitens CO2-Gesetz und drittens Rahmenvertrag. Und das hat sie jetzt relativ sauber aufgeräumt. Sie ist in meinem Rating um einige Punkte gestiegen. Aber für die Superleistung müsste sie also schon, wie sie hatte, in den letzten 20 Jahren, müsste sie sich schon noch einen Scheiss strecken. Und für das fehlt die führende Figur. Die gibt es nicht. Und jeder versucht, das Charisma von Christoph Blocher auf irgendeine andere Figur zu übertragen. Das wissen alle, die sich mit Charisma beschäftigen. Charisma kannst du nicht transportieren. Charisma Eigenschaften hast. Das kannst du nicht transportieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Christoph Blocher seine Tochter je in die gleiche Position kommt, wie der Christoph Blocher war. Und bei den anderen, muss ich sagen, ich sehe eigentlich niemanden, vielleicht abgesehen von Toni Brunner, der es einfach zurückgezogen hat. Aber ich sehe eigentlich niemanden, der das Feuer und das Leben eigentlich würde bringen. Und da kann man sagen, von dem her sehe ich glaube ich nicht, dass die SVP wieder ganz oben ist. Aber vielleicht wird sie sich tatsächlich irgendwo zwischen 5 und 29 Prozent stabilisieren können und damit immerhin die wichtigste Partei, die grösste Partei bleiben. Und wenn sie sich halt ein bisschen unter den bürgerlichen mehr Partner findet oder würde finden mit ihrer Politik, dann können sie ja durchaus die Politik der Schweiz immer wieder recht stark bestimmen. Man könnte ja auch argumentieren, wenn der Oberfoto nicht mehr da ist, wo natürlich sehr viele Leute sich aufgeregt haben über ihn in den anderen Parteien, die Zusammenarbeit natürlich erschwert hat, kann man sagen, ja vielleicht ist es dann einfacher mit einer 25 Prozent SVP zusammenzuarbeiten. Was der SVP eigentlich dann mehr Einfluss gibt, als wenn sie 29 Prozent haben. Und das Wichtigste ist ja, dass sie elektoral, vergleichsweise für Schweizer Vereinigungsgross Einfluss hat, dass sie bei Abstimmungen sich wieder gefangen hat und jetzt immerhin, sage ich jetzt mal, auf der Veto-Position ist sie mehrheitsfähig. Auf der gestalterischen Position bin ich das noch nicht ganz sicher, aber auf der Veto-Position ist sie mehrheitsfähig, aber sie ist im Parlament, wirkt sie einfach extrem isoliert und damit nützen ihnen auch die zwei Bundesräte relativ wenig, weil die zwei Bundesräte im Bundesrat müssen sie mindestens eine bis zwei Parteien überzeugen und im Parlament machen sie einfach quasi sich selber darstellen und verlieren lieber mit 55 Stimmen gegen den Rest, als dass es dann wirklich zu einer Interaktion kommt und zu einer Neuformierung von einem bürgerlichen Lager. Von dem sind wir halt nur relativ weit weg, aber das ist die Alternative. Jetzt haben wir ja sehr lange eben über die zwei Sätze im Bundesrat der SVP geredet haben, in den letzten paar Jahrzehnten eigentlich, aber die zwei Sätze möchtest du sagen, die sind unbeschritten oder gibt es durchaus ein Szenario, dass 23 dann auch das könnte, eben wenn man da alles wieder neu mischelt, dass man sagt, wenn der Ueli Mauer geht, ja, dann den Sitz wieder in Frage stellen. Ich glaube, nach der Erfahrung, die man gemacht hat, die Situation im 2-0-7, die SVP ist in ihrer Veto-Position zu stark, als man das Spiel nochmal anfängt. Das ist einmalig von mir aus gesehen und es ist auch zu einem hohen Preis gewesen. Und es ist stark mit der Figur Blocher verbunden. Was war der Preis, würdest du sagen, aus Sicht von den anderen Parteien? Der Preis war, dass es einfach führungsschwer geworden ist, oder? Es ist sehr viel Sand im Getriebe gewesen und schlussendlich funktioniert das Ganze doch eher mit Schmiermittel als mit Sand. Und das ist also für alle, ist das nicht ganz einfach gewesen. Es ist für die, würde ich sagen, für die Bürgerlichen sogar noch schwieriger gewesen als für die Linke. Es ist schwieriger gewesen, aber das, also freiwillig wiederholt man das meiner Meinung nach noch nicht. Und jede Abwahl hat einfach, das gibt ganz tiefe persönliche und politische Wunden. Und ich glaube, so weit wollen wir nicht gehen. Ich halte das für relativ unbestritten. Mehr wie die Frage gewesen, ob man bei einem, ich sage jetzt mal immerhin, wenn es im Parlament diskutiert wird, ein 9er-Bundesrat. Ein 9er-Bundesrat würde das Verteilproblem unter den Parteien leicht nicht schärfen, aber würde das Führungsproblem verschärfen. Das heisst, mit einem 9er-Bundesrat musst du praktisch ein Präsidialdepartement haben. Wärst du jetzt dafür für eine Erweiterung? Also wenn man es von den Departementen anschaut, muss man sagen, zwei Departementen sind ja definitiv zu gross. Das hat ja auch der Ständeratskommission festgehalten gehabt. Das ist das EDI ist doch relativ gross. Muss man sagen, das Aufweck ist relativ gross. Es ist im Moment ein bisschen dumm, wenn man das so offen sagt, wenn man gerade zwei SB-Departementen spalten will. Das wird ja Widerstände geben, das ist ja normal, das ist auch klar. Aber die sind zu gross, da könnte man problemlos von 7 auf 9 gehen. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass man sogar nur eins würde aufteilen und dafür ein Präsidialdepartement machen, das mehr ist als eine Bundeskanzlei, aber wirklich ein Präsidialdepartement ist, weil ich glaube, bei 9 brauchst du Führung. Wenn du fünf Parteien oder sogar sechs Parteien bei 9 im Bundesrat hast, brauchst du erst recht mehr Führung. Und da braucht diese relativ, sagen wir jetzt mal, eine relativ starke Hand. Aber hast du das Gefühl, das ist völlig unrealistisch? Weil das ist ja der Witz der Kollegialregierung, dass jeder gleich berechtigt ist. Das funktioniert nicht gut in Basel. Ich habe es ja dort erlebt, dass es da Besucher waren, die, die das Präsidium haben. Aber man ist immerhin willens, es nochmals zu probieren. Die Opposition von den Liberalen ist ja schlussendlich gescheitert. Man ist willens, es nochmals zu probieren. Im Kanton Watt hat man eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht mit dem System. Also ganz unverträglich halte ich es nicht. In fast allen Städten hast du, obwohl man in den meisten Städten richtig moderierte Konkurrenzregierungen, Konsensregierungen oder Konkurrenzregierungen hast du immer einen Stadtpräsidenten, der meistens mit höherer Kompetenz ausstattet ist. Also nicht nur, dass man Kultur hat, sondern auch. Aber wahrscheinlich, ich glaube halt, sage ich jetzt mal so, nebst, ich bin auch Anhänger von der Konkurrenz, aber wir haben auch in der Schweiz das Führungsproblem. Und das Führungsproblem wird beim Bundesrat bei 9 akut. Also wenn man das macht, dann haben wir es und dann kann es natürlich sein, dass man halt auch schrittweise oder sage ich jetzt mal teilweise richtig parlamentarisches System geht und weg von dem halt schweizer tradierten System geht. Und dann kann es natürlich sein, dass das eine von den beiden Polparteien lüpft, auf Deutsch gesagt. Und es kann die SP sein, was lüpft. Es kann aber auch die SVP sein, was lüpft. Und dann kann es durchaus sein, dass es auch selbst bei der SVP in Frage ist. Soweit würde ich gerade im Moment schon noch nicht gehen. Was ich ganz ehrlich gesagt sagen, weil ich halt das Referendum halt doch für die zu starke Waffe, weil die, die dann nicht mehr in der Regierung sind, die sind überhaupt noch mehr Kinder zur Veränderung zu greifen. Und da gibt es also, da gibt es den Heftigen. Da wäre es also nicht einfacher. Also ich würde sagen, wir sind jetzt nämlich da gerade in der DNA von der Schweiz, oder wie wir jetzt behaupten. Den Landammann hat man ja immer wieder gehabt. Die Rechte haben, dass er 30 Jahre vertreten. Es braucht einen Landammann. Und während der Helvetik haben wir es ja ein bisschen. Nein, da hatten wir nicht einen in der Mediation, aber den Landammann. Ich glaube, es ist etwas, was in der Schweiz noch nie richtig funktioniert hat, seit mehr Jahrhunderten. Deshalb habe ich das Gefühl, es kommt nie. Aber wir aus dem Grund jetzt mal ein bisschen Wechsel gehen auf die Geschichte. Wir haben das ein bisschen abgemacht. Sag doch mal, wir gehen jetzt auf eine Phase. Welches, würdest du sagen, ist die entscheidende Epoche, wenn du die Schweizer Geschichte so überblickst? Ja, das ist gar keine Frage. Das ist die französische Revolution und ihre Folgen. Es ist der grösste Einschnitt in der Schweizer Geschichte gewesen. Sicher ist die Gründung vom Bundesstaat, das ist eine Art Vollendung von dem Schritt gewesen. Und damit auch sehr wichtiger Schritt, weil eine neue Staatsform sich eigentlich recht duerhaft etabliert hat, immerhin in 173 Jahren recht duerhaft etabliert hat. Aber der Auslöser, das ist also eindeutig, ist die französische Revolution und dann die helvetische Republik. Mit der quasi Idee, dass man das Gewachsenige einiges einmal auch muss durchschneiden oder kann durchschneiden und etwas Neues machen. Jetzt kann man sagen, die helvetische Republik, die hat praktisch 5,5 Jahre gedauert und dann noch mit ein wenig Nachwählen, noch etwa 10 Jahre länger. Und dann ist sie dann verschwunden. Jetzt könnte ich sagen, historisch gesehen, das ist so eine Marginalie auf die lange Zeit, auch auf die Zeit vom Bundesstaat, ist es eine Marginalie. Aber wenn man anschaut, die Elemente, die doch geschaffen worden sind, die aus der helvetischen Republik hervorgehen. Also erstens eine gemeinsame Regierung, eine Einleitung von der Gewaltenteilung zwischen Parlament und Regierung und damit eine gemeinsame Regierung von der Schweiz. Das war eine Normung. Die Regierung kommt an den Stabstellen über, das ist die Verwaltung. Auf Bundesebene ist das auch eine Normung, würde ich sagen. Es ist die erste Volksabstimmung unter den helvetischen Republikstaat, nicht unter die Alten. Das waren die Amtsversammlungen. Ja, genau. Falsbefragung. Falsbefragung. Ja, ja, ja. Aber schon. Man hat es dann langsam abgeschafft. Ja, ja. Die Reformierten haben da ziemlich Sorgen gemacht, weil sie eigentlich lieber einen ziemlich zentralistischen Staat gehabt haben. Und ich denke, ich würde schon sagen, also das ist für mich immer noch der grösste Einschnitt. Das hat ja von Michael Herrmann, meinem Kollegen Konkurrent, hat es eine Umfrage gegeben gehabt für das NZZ-Geschichte. Wer ist der grösste Schweizer? Schlimmes Ergebnis gesehen. Auch zu meiner Stauern muss ich immer gesagt werden. Ist es Napoleon Bonaparte? Aber das finde ich Unsinn. Und es ist, aber es ist ja interessant, ich mache ja selber auch Führungen, Stadtführungen und er will ja den Napoleon immer wieder. Und er polarisiert bis heute, aber alle sagen eigentlich, er ist halt gleich ein markanter Einschnitt. Das würde ich ja gar nicht bestritten, aber was ich würde jetzt als Thesen ein bisschen dagegenstellen. Also ich würde auch sagen, die französische Revolution ist sicher einer der grossen Einschnitte. Ich würde nicht sagen, es ist der grösste, aber einer der grossen. Die helvetische Republik, finde ich, ist eine Marginalie gewesen. Die Sachen, die du jetzt vorher erkannt hast, ich glaube, die wären sowieso gekommen, weil das ist Teil gewesen der liberalen Bewegung. Du hast gar nicht müssen in so eine französische Revolution. Aber der Punkt ist doch, alle Staaten in Europa haben die Erfahrungen gemacht. In Rheiland, in Slowenien, in Kroatien, in Holland. Überall haben die Franzosen ein neues Regime eingesetzt, die französische Revolution. Eindeutig demokratisches oder liberaleres Regime und so weiter. Sie haben das alles, was du vorher gesagt hast, auch eingeführt. Es ist aber dann gleich am Schluss und Tag die Schweiz und Belgien, eigentlich die einzigen Länder gewesen in Europa, wo nachher so einen Bundesstaat wie mir gegründet haben, wo eindeutig liberal war, mit grossem allgemeinem Wahlrecht für die Männer durchgesetzt haben. Deshalb bin ich ein bisschen skeptisch bei dieser These. Ich finde, der Einschnitt ist sicher wichtig und ich würde sagen, es ist eine gute Frage, was wäre passiert, wenn das nicht passiert wäre. Aber gleichzeitig würde ich ihn nicht ganz überschätzen, sondern würde ihn stärker betonen, es gibt in der Schweiz ganz starke Traditionen, die schon viel früher da gewesen sind, wo den Bundesstaat bereitet haben. Das gibt es in der Tat. Die Stunde Null vom Bundesstaat, wie das da im Buch Prominent ist, dargestellt wurde, ist natürlich keine Stunde Null. Die hat mindestens 500 Jahre Vorlauf, 400 Jahre Vorlaufzeit und sie hat dann auch ein bisschen Nachlaufzeit, bis es dann effektiv klappt. Da bin ich soweit eigentlich gleichermeinig. Aber ich würde jetzt doch in einem Punkt widersprechen. Selbst die Freisinnigen haben 1848. Sie haben gesagt, sie wollten nicht abschaffen. Das hat also die europäische Revolution gebraucht, also die Märzrevolution gebraucht, bis die Freisinnigen, bis die Zürcher Freisinnigen gekippt sind. Und nur dank dem, als sie gekippt sind, sind wir zum Bundesstaat übergegangen. Vorher hätte man also immer noch wollen, dass vor demokratischer Institutionen. Nein, die Liberalen haben 1830 ja schon in den Kantonen, aber auf Bundesebene sehr bekämpft. In 1847 haben sie den Krieg schon geführt mit der Meinung, wir wollen noch zentralisieren. Da gehen wir mal wirklich anschauen, wie die Diskussion war, um den Bundesstaatskrieg. Die erste Option war, die Sonderbundeskrieg. Das haben wir ja gemacht mit dem Ständerat. Und nachher ist der Kompromiss gekommen, letztlich von der katholischen Freisinnigen erkämpft, der Kompromiss gekommen, dass die Kantone halt integriert werden, aber die ursprüngliche Vorstellungen sind nein, Einkammerparlament. Und nachher, bei der ersten Vermittlungsvorschlag ist der noch ein bisschen anders gewesen. Der erste Vermittlungsvorschlag war, es gibt getrennte Beratungen zwischen Nationalrat und Ständerat, aber es wird am Schluss gemeinsam auch gestimmt. Aber Tagsatzung, da hast du recht, aber Tagsatzung wäre, meiner Meinung nach, ein Etikettenschwindel gewesen. Weil wenn du ein Einkammersystem eingeführt hättest in der Schweiz, das wäre ein massiver Eingriff. Das wäre gewesen. Mit DNA von der Schweiz hätte ja nicht geklappt. Das wäre wie Elfektische Republik, oder? Der Föderalismus ist etwas vom Stärksten in der Schweiz und wenn du gegen den bist, hast du also Mühe. Und deshalb glaube ich, der Kompromiss war wichtig. Aber was ich finde als wichtiger Argument ist, dass alle anderen europäischen Länder haben alle auch eine französische Besatzung erlebt, haben alle auch eine Republik durch französische Gnaden erlebt. Und es hat auch etwas ausgelöst, hast du völlig recht. Aber es ist praktisch nie zu einer Parlamentarisierung gekommen, zu einer Liberalisierung, ausser in der Schweiz. Und das müssen wir eigentlich erklären. Jetzt gut, jetzt können wir auch noch eine Gegenthese machen oder diskutieren. Ich meine, schlussendlich der Durchbruch von der Industrialisierung und damit auch vom wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt, der wäre ja ohne der Prozess von diesen 50 Jahren nach den Franzosen fast undenkbar gewesen. Also wir wären halt bei der Bruttoindustrialisierung... Ja, aber das ist schon wichtig. Das ist für die damalige Verhältnisse wichtig, aber es ist natürlich im Vergleich, also das Eisenbahnwesen wäre wahrscheinlich nie so viel eingeführt worden in der Schweiz. Andere Sachen wären... Aber da würde ich sagen, das ist das Einzige, also hast du recht, die Eisenbahn hat jetzt den Bundesstaat gebraucht, aber das Ulster ist 1830 oder 1832 gegründet, oder? Ja, ja. Und Escherweiss 1806. Also die Maschinenindustrie ist schon da gewesen, bevor wir an den Bundesstaat gingen. Aber eben, diese Bahn nicht und die ganze Infrastruktur nicht und ich kann mir nicht vorstellen, weisst du, ich finde, das Interessante ist, der Bundesstaat 1848 ist ja für mich der erste Binnenmarkt. Das Interessante ist, es ist ja noch nicht wirklich ein demokratisches Regime gewesen, es hat also sehr viel undemokratische Gemeinden gehabt. Es ist 1874... Also jetzt mal achts im Frauenstimmrecht, das ist ja undemokratisch. Frauenstimmrecht hat gefehlt. Aber das hat es nie gegeben sonst, also muss man auch mal ehrlich sein. Klar, die Volkswahl vom Bundesrat hat man abgelehnt gehabt. Ja, haben wir bis jetzt nicht. Bis heute nicht, ja, aber da kann man diskutieren, ob das tatsächlich ein Mangel ist. Dann haben wir den ganzen Ständerat, der immer noch die Vertretung der alten Elitenden gewählt haben und keine demokratische Form gehabt. Ich kann mal sagen, es sind schon ein paar Elemente gewesen, wo das noch nicht so ganz funktioniert. Aber das war ja nicht mein Argument. Die Befreiung, die es stark gefunden hatte, ab 1798 bis 1848 oder bis 1860, kann ich sagen, die hätte eigentlich einen Bundesstaat erlaubt, der den Binnenmarkt erlaubt hat. Gemeinsame Franken. Das wäre ja nicht möglich. Es ist ja selbstständlich schwierig gewesen, aber wäre ja nicht möglich gewesen. Also, was ein wichtiges Element ist... Vielleicht wären sie wichtig gewesen. Ja, bin ich sicher für andere Frage. Hätte man ja auch den Tal abhalten von den Deutschen? Na gut, das ist eine andere Frage, einfach eine gemeinsame Währung. Aber ich finde, es hat schon viele Elemente, wo eigentlich der Durchbruch wichtig war. Und dann auch nationale Infrastrukturen, wo wir heute durchaus sagen, es ist wichtig. Also, die Strassen sind wichtig, die Autobahnen sind wichtig, die Post ist wichtig und die Kommunikation ist wichtig und so. die sind also schon, die wäre ich nicht so sicher, ob sie so schnell werden durchkommen ohne das. Ich glaube eben, für mich ist der Einschnitt, also es ist auch ein starker Einschnitt, ich glaube fast für mich das wichtigste ist und du bist so überhaupt kein Berner, aber lebst schon lange in Bern. Nein, das Wichtigste ist doch gewesen, dass man den Kanton Bern praktisch aufteilt hat. Man hat den Aargau weggenommen und das Vatland und ich glaube... Ja, und wer hat das gemacht? Das ist die französische Revolution. Ja, das ist, wenn man darüber redet, wo ist der Einschnitt war, glaube ich, das ist einer der verrecktesten Einschnitte, weil der auch am schwierigsten ist, weil der Föderalismus in der Schweiz so stark war und Bern und Zürich sind die zwei dominanten Kantone mit der Schweiz. Aber eigentlich 1798 war es nur noch Bern und Zürich. Und Bern hätte das nie zugelassen, dass sie aufteilt werden, ausser der französische Besatzung gegeben. Und das glaube ich, ist wirklich sehr wichtig, nachher auch für die Bundesstaatsgründung, weil Bern hättest du nie, also es sind zwar 1830 liberal worden, aber ich glaube, mit dem Vatland und Aargau, also wäre der Kanton ganz geblieben, bin ich nicht so sicher, ob 1830 Bern liberal worden sind, nicht so sicher, aber ich weiss es nicht. Es geht eine Gegenthese, eine sehr interessante, weil ein welcher Historiker jetzt da im Zusammenhang mit dem 200. Todestag von Napoleon Bonaparte geäußert, ist eigentlich die grösste staatspolitische Leistung von Napoleon für die Schweiz, ist die Gründung von den Ostschweizer Kantonen, weil das eigentlich erlaubt hat, dass die dezentrale, auch die dezentrale Wirtschaftsentwicklung überhaupt ermöglicht worden ist, weil das die Bedeutung von Zürich relativiert hat. Also nicht nur die Bedeutung von Bern relativiert, sondern die Bedeutung von Zürich relativiert hat, dass es dann auch Platz gab für Thurgau, für das würde ich sagen, der Ausgleich oder die Idee, dass es die zweite Ebene im französischen Staat mit Ausnahme von Paris, die zweite Ebene ist halt eine Verwaltungsebene und das ist eine Ebene, wo schlussendlich alle gleich stark sind. Der Ausgleich, der ist durchaus, der gehört auch zu den Französischen. Also ich würde jetzt die These von diesem Kollegen gut finden, weil ich finde, das finde ich eine interessante Idee, dass man sagt, Kantone in Ostschweiz sind stärker geworden. Früher sind die ja wirklich völlig verspricht. Die Wirtschaft, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ostschweiz war ja das Zentrum für der Bruttoindustrialisierung. APC, Aussenrode, St. Gallen. Wahnsinnig, oder? Ich meine, das war ja eine der reichsten Wirtschaftsregionen der Schweiz, also reicher als Genf. Nein, Genf ist ja ganz verreckt, aber sicher als Wattland usw. Das glaube ich bestimmt nicht. Aber vielleicht jetzt noch zum Schluss eine andere Epoche. Jetzt musst du noch eine andere Epoche nennen, die du wirklich wichtig findest. Ja, und ich bin eben immer noch der Meinung, wir haben immer noch sehr viele burgundische und alemannische Traditionen. Das mit den Alemannen, das wissen wir in der Deutschschweiz immer noch relativ gut, weil zum Teil beziehen wir uns darauf, weil wir halt ihre Sprache bewahrt haben. Aber wir haben ja relativ viele burgundische Traditionen, also so die, das ganze, der komische Konglomerat zwischen Reichsgedanken, europäischen Gedanken, zwischen starken Militär und der katholischen Kirche. Das ist zwar alles ein bisschen reduziert worden in der Schweiz, aber die Kombination, vielleicht am besten ja noch sichtbar im Wallis oder vielleicht im Jura sichtbar. Es sind zwei Kantone, die ja von mir aus immer so sehr burgundische Traditionen und die, glaube ich, die ist unterschätzt. Die burgundische Tradition ist auch, dass wir schlussendlich zwei ganz grosse Kulturräume haben in der Schweiz. Der dritte ist dann halt weniger wichtig, das ist die kranischsprachige Raum, aber auch der könnte man noch integrieren in das Bild. Aber halt einfach über Jahrhunderte hinweg zwei Kulturräume, die sind relativ stabil gelaufen. Die Grenzen ist zwar ein bisschen verschoben worden, aber die zwei Kulturräume, die sind stabil. Das finde ich sehr gute Thesen, weil es tut meiner Meinung nach auch den Irrtum korrigieren, dass die französische Schweizer französische Schweiz ist. Es ist eine burgundische Schweiz. Und es ist eben interessant, ich meine, es ist eigentlich der letzte Teil von dem alten Königreich Burgund, der überlebt hat. Und der Rest haben die Pariser, also Frankreich, hat das einfach aufgelöst. Freigrafschaft haben es kaputt gemacht, das Herzertum haben es kaputt gemacht. Es sind alles Burgundische kaputt gemacht, nur in der Schweiz hat es überlebt. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass das nachher reformiert wurde, zu einem grossen Teil. Genau, das ist ja der wichtigste Einschnitt, warum wir heute würde ich Burgunder Thesen natürlich nur für die Mittelaltergeschichte halten, weil die Reformation hat natürlich den Charakter schon geändert. Aber es ist eben typisch, dass sie die Reformation in den burgundischen Gebieten gegeben hat. Anerfolgheit und ja immer mehr, also sekundäre auch in dem Sinne Wirkung eigentlich auch Zeitkeit. Aber ich glaube, das ist von mir aus gesehen die unterschätzteste Epoche, weil wir uns dessen gar nicht bewusst sind, weil uns das Narrativ ist dann halt einfach im 19. Jahrhundert entstanden. Wir sind eine Schweiz, die eigentlich aus Edlpuren auf den Alpen entstanden ist, aber dass wir eigentlich aus Königreichen entstanden sind, das wissen wir ja die meisten Leute. Ja, sie sind schon Puren, aber Puren haben eben Königreiche erobert. Ja, nein, Bern haben das Wartland schon erobert. Ja, ja. Und es sind schon die Hälfte Bauern gewesen, oder? Mit der freundlichen Unterstöße vom französischen König. Ja, natürlich. Aber würdest du sagen, man hätte ja eigentlich das Bündnis machen mit dem Karl Kühner. Der Karl Kühner hätte ja das vorgeschlagen, er hätte ja mit Eidgenossen sich verbünden, gegen Tabsburger, gegen Franzosen. Wäre das eine gute Idee gewesen? Ja, es sind sehr unterschiedliche Kulturen, die werden da vernachstossen. Es gibt ja da in Bern gibt es ja die Geschichte um den Adrian von Bubenberg, der ja seine erste Frau verlassen hat und nachher die Jean de Lossara gewiratet hat. Und wenn ich gar nicht wusste, das ist eine gute Geschichte. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Und dann, und das ist eine burgundische Edel, die er eigentlich gegratet hat, die Ländereien besitzen hatte, in der heutigen Wand sehr viel, also ins Alloyen gehabt. Und die machen ja nachher, die werden ja zum Paar. Und der Adrian von Bubenberg mit vollem Stolz zeigt er jetzt seine Frau und sie kommt im burgundischen Tracht ins Berner Münster, wo der normale Kleidungsstück für eine Berner Frau ist der Sack, das heisst auf Deutsch gesagt, ein Stück Stoff, wo man in der Mitte ein Loch gemacht hat, damit man den Kopf durchstecken kann und hier auf der Seite leicht zusammengepürzt hat. Und jetzt kommt sie mit ihrem sieben Meter langen Schleier, sie ist ja nicht einmal ein Heirat. Jeden Tag, jeden Sonntag kommt sie da rein. Es gibt ja einen riesen Schritt, der total grösste Schritt, der wird also, der Bubenberg wird also wirklich gesenkelt, seine Frau wird vor Gericht gestellt, weil sie nicht bärisch sich verhaltet und wird also sogar, ja, wird ein bisschen so, hm. Es ist schon für mich immer so, der Film ist sehr eindrücklich, der Teufel trägt Spada, oder? Der Film, der ist für mich sehr eindrücklich gewesen, weil ich glaube, dass in dem Bär genau das Gleiche damals stattgefunden hat. Das ist Cleopatra mit Moment, oder? Und das ist für mich schon der Ausdruck, das hätte nie funktioniert. So, das würde ich schon sagen, aber es sind die zwei spätmittelalterlichen Staaten, die aufgestrebt sind, die entweder zusammen gehen oder gegeneinander gehen und eine überlebt und eine überlebt nicht. Und es ist tatsächlich, ich sage jetzt mal, der burgundische Staat, der überraschenderweise nicht überlebt hat, das muss man auch klar sagen, das ist dann so. Militär ist so stark. Ja, so ein bisschen überrascht gewesen, dass sie sich bei den Enden düppieren lassen, aber ich denke schon, das ist, das ist sicher, sicher wäre nicht gut gekommen, diese zwei Sachen. Andererseits muss ich sagen, dass Burgund hat eben schon von Anfang an einen schweren Stand gehabt, wenn du schaust, das Mittelreich hat einfach nicht überlebt, das ist einfach schwierig, oder? Es ist einfach schwierig, oder? Es hat immer eine blöde Geschichte gehabt, letztlich, Öst, Öst, Belgien eigentlich auch immer, Luxemburg auch ein bisschen. Also, Holland und Schweiz sind die einzigen zwei Gebiete, die möglich waren aus dieser Mittellage. Genau. Und wo ja auch etwas daraus gemacht wird, das ist interessant, oder? Ja, ja, ja. Das ist ja der Render, oder? Ja, der Render. Beide von der Reformation geprägt, im Übrigen. Und beide schlussendlich durch das auch die wirtschaftliche Entwicklung, natürlich die Holländer auf eine andere Art, mit ihrem Kolonialreich, aber die wirtschaftliche Entwicklung gemacht hat, die Schweiz mit ihrer Industrialisierung gemacht hat und eigentlich durchaus profitiert hat. Und die Holländer sind ja nur reformiert oder wegen uns. Also, ich meine, ist einfach schon ein Fallwärmkopf, oder? Muss man dann auch noch ein bisschen beherren? Ja, und man kann das auch. Also, die Reformation ist eben aus meiner Sicht für eine verreckte Reise. Also, da muss ich noch schnell loswerden. Der ist wichtiger als Napoleon. Die Reformation ist wichtiger. Gut, also, Johannes Simmler, wollte ich dir jetzt auch noch sagen, wenn du den Kalemann sagst, damit wir noch eine Zürcher erwähnen, Johannes Simmler, er schreibt ja die erste Landeskunft von der Schweiz, 1778, äh, 1578, die erste Landeskunft von der Schweiz und interessanterweise wird die Landeskunft in folgende Sprachen übersetzt. Ah, natürlich vom Lateinisch ist Deutsch, B ist Französisch, C ist Italienisch und D ist Holländisch. Super. Und das wird auch eine... Das ist interessant, das ist eine Reformationsteile. Genau. Super. Nein, das finde ich interessant, aber wir können jetzt nochmal drei Stunden über den Burg unterreden, das finde ich wahnsinnig interessant, ist fast so interessant wie das Parteisystem, ich finde es eigentlich interessanter, ehrlich gesagt. Äh, Grudaschmann, danke vielmals für das sehr angängene Gespräch und wünsche dir alles Gute. Ich meine, du hast noch lange zu viel zu analysieren, die Schweizer Politik wird nie langweilig. In dem Sinne, danke viel mal für die Aufmerksamkeit, lesen Bücher über die Schweizer Geschichte, das ist noch ein gemeinsames Anliegen, das wir auch haben. Und danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.